Wie kann ein neuer Umgang mit Geld einen gesellschaftlichen Wertewandel herbeiführen, der Wohlstand, soziale Gerechtigkeit und nachhaltiges Wirtschaften verbindet? Augsburger Kaufleute nutzten schon vor über 500 Jahren frühkapitalistische Strukturen, die heute noch Grundlage unseres Wirtschaftens sind. Im Fugger und Welser Erlebnismuseum zeigen wir Vor- und Nachteile dieses Systems. Mit unseren Besucherinnen und Besuchern treten wir in Dialog und diskutieren auch aktuelle Fragen. Wie kann man ermöglichen, dass Geld zum Wohl aller, auch für zukünftige Generationen, verantwortungsvoll eingesetzt wird? Wir laden Gäste aus allen gesellschaftlichen, kulturellen, sozialen Ebenen nach Augsburg ein, um mit ihnen innovativ über Geld und Finanzen zu diskutieren und über ein neues, bewusstes Handeln nachzudenken. Erlebe, wie Dialog auf Augenhöhe neue Erkenntnisse und Ideen entstehen lässt. Erlebe, zusammen mit vielen anderen, in einem offenen Raum, welche Gestaltungskraft wir gemeinsam in Bezug auf Geld haben. In diesen Räumen hier verwirklichen wir ein außergewöhnliches Programm. In einer Atmosphäre, die wirklich alle einlädt, aktiv mitzugestalten. Wir freuen uns, Dich am Sonntag, den 22. Mai, hier begrüßen zu dürfen.